hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von skyrim anniversario edition ultramode 2022 mit 1400 so ja hier ist es sehr hell ich schaue nach oben es ist aber ein künstliches licht es ist so jemand sagte mir ja es kam sehr so düster aus und so so viel regeln ich habe jetzt mal eine mod installiert supreme rain storm und sobald wir mal wieder draußen sind hier weg sind hier würde ich gerne auch mal schauen dass wir da nicht so viel regen haben ich habe mal geschaut nach einem konsolenkommando was wir dann zu werden damit wir nicht immer im regen rumlaufen mir wohl auch der tipp gesagt vielleicht liegt es an meine mod ein lied dass man da so oft regen hat ich habe jetzt da nicht unbedingt drauf geachtet aber ja schauen wir mal so wir sollen irgendwas sammeln ich weiß immer was aber wir haben die zeichnung aber ich sagen mein bisschen hier für einen netten tee für unseren meister nein ich gucke mal gerade ja ich weiß so nicht mit was pilzen bine fangen wir auch ein macht sich gut in der hosentasche hier sammeln noch ein bisschen ich weiß ja was zusammen sollen von dem her das wird mir auch nicht angezeigt deswegen sammle ich einfach was ich finde hier geht es aber wieder raus mit rezept ja das blöde ist aber das rezept das ist ja unlesbar ich habe das rezept ist sich zu lesen es hieß ja wir sollen hier auf die farben gehen und können mal gucken ich kann auch nicht umblättern keine ahnung und dann vorab ich speichern denn mein pc spinnt ich habe ein problem zum beispiel wenn ich beim letzten mal habe ich via das scrolls online aufgenommen zwei parts beim zweiten part ist das spiel nicht an sich sondern mein pc hat sie abgeschaltet und hat gesagt es sei ein fehler aufgetreten ähm musste neu gestartet werden das gleiche ist mir auch bei diagonal 2 passiert ähm ich habe ein part aufgenommen und ja dann habe ich meinen zweiten part angefangen hab blablabla ein bisschen gemacht und dann auf einmal sagte der pc ja ist nicht ich weiß nicht woran es lebt kann ich ehrlich nicht sagen ähm fangen wir noch eine biene ganz viele bienen jetzt in der hose es muss ja fein sein ähm wie gesagt ich weiß nicht warum ich denke mein pc ist langsam überfordert ich habe etwas für dich es ist eine nordwahl von einem kleinen tusk du kannst es benutzen wenn wir noch einmal separat werden ich höre es und ich werde dich finden ja erzähl mal was du brauchst was sind deine stärken ich bin taught my whole life to stay aware of my surrounds one of the reasons i'm still alive aha also was mit dem thalmau passiert i guess i owe you that i've been trying to find a way to cross the border into p.l pass ever since helgen it's been near impossible to get into cyrodiil without a stack of papers for the empire to keep track of you in the meantime i've been picking up bounty contracts to keep some coin in my pocket i must have drawn too much attention to myself i've been camping by the lake when they ambushed me seems the thalmau don't ever need much evidence to bring in a suspect they took one look at that sword decided i'd be a good target for interrogation and dragged me off to that abandoned prison hadn't you kind of angst brinyar used to say if you're not a little afraid you're not understanding the situation fear i can deal with easily enough but there was a moment or two when i started to think it really would be the end for me the thalmau would never have let me go no matter what i told them you face down mortality too perhaps you know the feeling you're really off the middle of the night you're really off the middle of the night you're ready for them live and learn right you're very well read i envy that as a child my education had always been focused on the art of war first i think now i'd like to catch up expand my mind a little warum ihr habt euer aussehen und euren schwert an das reicht aus um durchzukommen you flatter well i'm a man hungry for knowledge now perhaps you'd just like to be the smart one here ich könnte euch bücher leihen wenn ihr wollt ich würde es empfehlen das macht sicherlich die quieten Nights durch das Feuer mehr interessanter dann kann ich irgendwas fragen ah könnt ihr mir bitte einen gefallen tun was wollt ihr? nein 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 ich mir vor, dass ihr dabei seid ja die umarme geht so ein bisschen blöd aber ja ja ich habe keine ahnung was wir da noch finden sollen aber wir können ja 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 hunger durst uns geht es sehr schlecht uns geht es sehr schlecht was ich bin betrunken egal aber nein alkohol macht ja noch mehr durst wir müssen aber uns das ist nicht gut ich bin noch mehr betrunken durch zeichnen den weg okay ja was machen wir denn jetzt hier was ist das hier von dort wie lange lebt ihr schon in sadrid kegran ich mache hier alles mit ich weiß nicht was für ein tier das werden soll hier noch können wir nicht ein paar stunden warten bis unsere trunkenheit vorbei ist das ist ja ekelig na was ist das so von geflatter hier naja naja besser lesen das bild ist fertig ja ich habe keine ahnung was wir da haben ich habe keine ahnung das bilden ich habe keine ahnung das bilden das bilden es wird mir aber auch nichts angezeigt das ist blöd ich habe doch die die aufgabe aktiviert ich habe keine ahnung was ich in den tierern tun soll das bilden kürbistee oder was giftigen pilztee das bilden kartoffeln rein also könnte mir ja gerne helfen so Hier ist die Tür. Wo geht die denn hin? Farmhaus. Ja, öffnen wir mal. Vielleicht finden wir da noch ein paar Zutaten. Wir können ja mal schlafen. Wir schlafen mal. Fünf Stunden. So. Jetzt geht es ein bisschen besser. Okay. Das wäre alles stillen, verdammt. Ja gut, lass uns mal. Gehen wir. Gehen wir dann zurück. Wir haben ein paar Sachen gesammelt. Ich habe keine Ahnung, was die Sachen sind. Okay. Ach, lass die Bienen hier nochmal. Wir Bienen hier. Ich habe aber verkehrt. Hat sie uns erzählt, was wir sammeln sollen? Nicht, dass ich wüsste. Machen wir mal einen Windeltee. Sei beruhigen, oder? Weiß ich nicht. Ich kenne nur den Geruch. Zum Beispiel, wenn man Rückenschmerzen hat, oder so, kann man den zum Hirsebeutel mit Lavendel drinnen. Und, ja. Den kann man dann in der Mikrowelle warm machen, oder so. Dann kann man sich das am Rücken legen. So, ich habe ganz viele Schmetterlinge. Vielleicht kommen die ja auch in den Tee rein. Ein paar Pilze noch. Aber, das müsste reichen. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, die Quest ist wahrscheinlich auch verbackt, oder so. Eigentlich müsste ja... ...da stehen. Von wegen... ...was wir brauchen. Ich sammle irgendwas hier ein. Und fertig. Irgendwas. Na, nimm schon. Es... Nein. Es wird mir aber auch nichts auf der Karte angezeigt. Nur hier... Nur hier... ...ein Farmhaus. Wir müssen einfach hier wieder raus. Brave Sun Tea. Ja, wir haben ein paar Zutaten jetzt... ...gesammelt. Ein paar Distel... ...keine Ahnung. Ein Distel-Tee machen. So kommt, das reicht. So. Kommt ihr? Schauen wir mal. Was muss ich wirklich mal schauen? Ähm... Warn wir waschen hier? Ob es irgendwo in Google was gibt. Braucht einen Schlüssel. Okay, gehen wir raus hier. Raun, diesen Tee. Wir sollen zehn Flaschen Tee. Okay, machen. Na dann. Schauen wir mal, ob wir es können. Wenn nicht, müssen wir gucken, dass wir die Quest erstmal beiseite schicken. Jetzt suchen wir erstmal wieder unser Häuschen. Weil sie hat uns nur zum Farm geschickt. Und zu kocht. Ja. 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 Ja, ich habe jetzt mehr Tier gemacht. Egal. Vielleicht hilft der Tier uns auch. Wo ist denn der Schlawine? Okay. Stab des Heldens. Geist des Heldens. Geist des Heldens. Was? Aber fast so unbekannt. Was? Wie viele Bücher sind denn da gekommen? Ja. 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 Gerne. Machen wir einmal Ternöl. Nehmen wir auf. Okay. Jetzt müssen wir warten, bis der Blöde kommt. Na gut. Geh ich halt pennen. Und den wollen auftauchen. Ja. Guck mal vier Stunden. Ahem. Ahem. Ah. Ah. Ahem. 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 Ah. Hey. What do you want, Inouye? Cheers, Ferdinand. Let me taste. Puh! Disgusting! You call this tea? Are you trying to kill me? Go make some new. Right now! You will keep brewing until it is of adequate quality. Out of my sight. Return only when you have a decent brew. Geh weg, ich muss kochen. Was wird mir dein Kopf hier noch abgeschnitten? Danke. Ich hab so viel Tee gemacht, komm. Wo ist der Vogel? Hier! Tee! Hier ist euer Tee. Ah. Ich hoffe, dass du alles richtig gemacht hast. Wuuuuh! Revolte! Wie eine wertvolle N.Y. du bist! All right. Wir haben kein Zeit für das. Tee! 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 Okay. Aber irgendwas mit Ausrottung. Ähm, Lydia, hast du was man's denn für mich? Tja, komm, hast du Klamotten für mich oder habe ich selber Klamotten? Oh, ich vergesse es. Ich habe hier was zu holen sehen. Los. So, ist schon was vernünftiges Hand. So. Jetzt müssen wir nach Tamma. Tamma, Tamma, Tamma. Da ist sie. Halt, Tamma. Ja? Shannad benötigt Unsichtbarkeitstränke. Du weißt, ich habe ein starkes Gefühl, du bist nicht der einzige, der diesen Elf serviert. Erst Tee, dann Acid. Und jetzt will er mir ihm wertvolle Gäste. Just like that. Ich sollte nicht sagen. Aber sicherlich hätte er nicht ohne Grund nach ihnen gefragt, oder? Ich bin nicht über seine Reise. Entweder kommt er hier selbst und betrifft für die Gäste, oder er geht ohne. Okay. Okay. Wir kriegen jetzt nasse Füße, ist mir völlig egal jetzt. Es ist noch bald mal hier rauskommen. Äh, ich war nicht in der Lage die Tränke zu bekommen. Ja. 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 Oh. Ja. Nee, den setzen wir nicht auf. Ähm. Ähm. Kreatur and people won't flee for 60 seconds. Okay. So, ich bin bereit. Ähm, nee. Nein, ich hab nur Heilung. Oder hab ich das? Machen wir doch Funken. Ich hab mich ja mal gespannt. Ihr Lieben, ich mach hier aber einen Break. Ich bedanke mich für's Zusehen. Halt die Klappe. Daumen hoch. Kommentare. Okay, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentarttipps und Tricks. Wir haben mich darüber freuen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios. What the hell?